Mitten im Dorfkern von Teufen im schönen Appenzellerland befindet sich unsere Bäckerei-Konditorei mit Kaffee im typischen Appenzellerstil. Und geniessen Sie unser reichhaltiges Angebot an exklusiven Appenzellerspezialitäten. Bei uns finden Sie alles, um Ihren Hunger und Lust zu stillen, sei es im gemütlichen Appenzellerstübli oder über die Gas. Zum Zmittag verwöhnen wir Sie mit unserem reichhaltigen Salatbuffet oder beginnen Sie den Sonntag mit einem feinen Brunch im Café Collor. Es erwartet Sie ein lustiges Buffet mit einer grossen Auswahl an Gebecken. Wir pflegen nicht nur eine eigenständige Brotkultur mit verschiedensten Sorten, sondern stellen in unserer Bäckerei auch feine, süße Backwaren, Torten und Patisserie her. Eine Tradition und Spezialität der Collors sind die Appenzellerbiber in allen Variationen. Dank unserem Online-Shop sind unsere feinen Biber in der ganzen Schweiz und auch im Ausland bekannt. Fragen Sie uns nach Spezialitäten und Herstellungen nach Ihren Wünschen. Gerne bedienen wir Sie auch in Stein. Lassen Sie sich von uns überraschen und verwöhnen, denn wir sind Appenzeller und sind stolz auf unsere Tradition und unser Brauchtum. Lassen Sie sich von uns überraschen. Lassen Sie sich von uns überraschen. Lassen Sie sich von uns überraschen. Untertitelung des ZDF, 2020